Hallo liebe Freunde und willkommen zurück in dieser smogverseuchten Stadt von I am Alive. Und wir haben überlebt bisher auch dank unserer schönen Gasmaske, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Und wir sind jetzt quasi auf dem Weg, I's Mutter zu retten. Und ich hoffe sie sieht nicht so aus oder gar so. Wer ruft? Hallo? Who is calling? I don't see anyone. Ich kann keinen sehen. Irgendwer hat hier gerufen. Hm. Es sind viele Leichen auf dem Boden. Also das hat viele Opfer gefordert. Wann wackelt eigentlich mein Geht denn so? Alter! What the fuck? Was war das? Ist das mein Herzschlag? Der bummert. Was waren das gerade für Geräusche? Habt ihr das gehört? Boah mein Gamepad, das vibriert gerade wie verrückt. Warum auch immer. Ich verliere trotz allem verliere ich aber Ausdauer. Wahrscheinlich deswegen. Ich muss irgendwie da über diese Schlucht rüber. Ist wahrscheinlich hier hoch. Ich guck mal, ich muss eh mal wieder Luft holen. Ich denke mal eben hier hoch komme ich noch mit dem bisschen Ausdauer was ich habe. Ade hopp. Hier oben kann ich aber wieder frei atmen. Und ich schätze mal dieser Weg ist ähm. Ne ist er nicht. Haha. Ein Michiro. Ich bin doch Spider-Band vor dem Herrn. Ich kann auch hier den Jumping Jack Flash machen. Alle hopp. Juhu. Eins. Zwei. Häpp. Oh nein. So liebe Freunde, da bin ich wieder. Irgendwie bin ich gerade in den Tod gestürzt. Und da meinte sich ja auch irgendwie mein Spiel komplett zu verabschieden. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir es also noch einmal. Hopp. Hinterhaken. Und schwing dein Ding. Wo anders hin kann nicht schwingen. Hab kein Ding. Alle hopp. Und nochmal. Jawoll. Geschafft. Ich bin ein Held. Ich bin so ein Held. So. Wo müssen wir lang? Wir müssen irgendwie wieder da runter. Ach du Scheiße. In die Second Avenue. Naja. Komm. Was kostet die Welt? Eeeeee. Ja. So. Hier brennt ein Feuerchen. Hm. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. mal nicht so schnell. A. Weiß ich nämlich nicht was mich hier erwartet. Und B. Weil ich da nicht so schnell ausdauer. Da hat sich schon wieder was zum hochkraxeln glaube ich. Ich weiß nicht auch schon wieder das Hotel ist. Ach jetzt sollte ich schon wieder die ganze Zeit die Starttaste. Ich döde. Hier kann ich hoch. Da habe ich hier oben ein bisschen mehr Aussicht. BZW Übersicht. Ne. Aber zumindest habe ich ein Item. Ein leckeres, schmackhaftes Soda Getränk. Meine Freunde. Sehr deliziös. Die Dinger hier können ich aber nicht hochklettern. Doch kann ich. Cool. Coole Sache. Echt cool. Okay so. Hopp. Ah ne Weinflasche. Ja. Schmackhaftes. Was steht hier? Foot. Foot gleich home. Essen gleich Heimat. Also. Zuhause. Wie auch immer. Hopp. Kann die auch mal. Uuuh. Kann die auch mal ein bisschen Luft holen. Ja. Ist ja auch nicht zu verachten. Ja. Wust. Wust. Eine trockene Luft hier. Na. Das nächste Halte. Nochmal ein Soda Getränk. Die stehen hier überall rum. Oh ja. Hier muss ich wahrscheinlich auch rüber. Wenn sich das schon so anbietet. Das Teil. werde ich das auch gleich mal benutzen. Benützen. Mit Ü. Wenn ich hier drüber bin. Zack. Gucke ich nochmal auf die Karte. Ein bisschen habe ich noch. Ein bisschen geht noch. Kleine Absperrung. Hier geht es rechts runter. Schluft. Oh. Schlucht. 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 Oh. Oh. Hotel. Was steht da? waters oder walters nee waters waters edge hotel ok muss ich da muss ich wohl da runter ne nutzt ja nix wo hotel groß dran steht wird wohl hotel drin sein und wir haben eine zwischensequenz ok vordertür ist nicht möglich warum auch immer ich glaube ich genehmige okay ja nervt das schön erstmal wieder ein bisschen ausdauer getankt verstehe aber auch nicht warum die also mir fällt das jetzt ein weil ich jetzt gerade so oben auf den bogen gucke warum eigentlich die nicht so krass auf den bogen reagieren sondern nur auf die pistole ich meine jeder dödelt weiß doch auch so ein fall den kopf ist unangenehm aber naja whatever sieben wiederholungen meine freunde ja gegner überraschend mit einer guten strategie ja da hört es auch schon wieder auf also gegner überraschend das haut noch hin aber die gute strategie das ist eine andere sache so meister mutter retten ich bin dabei meine freunde ich bin dabei ich bin dabei hallo da sitzt jemand ist der gut oder ist der böse ich weiß es nicht die sehen mir aber relativ gut aus das ist aber nicht gut bitte schön ich bin ja so netter ich bin ja so netter retter acht vierte ebene alles klar weiß ich bescheid acht wiederholungen meine freunde ist das schon enorm danke danke rattenfleisch danke danke schmerzmittel so wieder jemanden geholfen das heißt ich habe 12 von 20 das heißt ich muss noch nachher am riesling acht retten also ein bisschen das sollte ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein ich gehe aus ich gehe aus ich gehe aus 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 ich bin die ich bin das lebende flashlight flashlight ich bin die lebende taschenlampe nein wie heißt das ähm nicht flashlight stroboskop genau das lebende stroboskop so toiletten seit dead space weiß es auch jeder wie ich nachfahstühlen toiletten liebe und selbst bei zombieland lernen wir ja dass man meistens in ungünstigen momenten level spielt so wie er zum beispiel und hauptsache er hat schmerzmittel mitgenommen ich hätte jetzt fast gedacht das wäre ein obstsalat dann würde ich mir fast sorgen machen um den band so was haben wir hier noch außer spesen nichts gewesen haben die noch versucht hier auszuziehen mit den ganzen kartons etc glaube ich nicht oder ich habe keine ahnung so ich alter meister schleicher ich nehme die trappe hoch ah meine freunde ich frage jetzt wie viele 3 4 5 5 5 5 5 6 10 5 6 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 Wer schreit denn hier schon wieder rum? Habt ihr alle erledigt? Knarre, äh, Knarrepistole meine ich. Und Pink Killers. Mein Pfeil habe ich auch zurück, das ist gut. Naja, dass ich diese eine Kugel versemmelt habe, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Verdammt. So. Okay. Diese Kämpfe werden mir irgendwann noch mal ein Verhängnis. Ey, irgendwann kommt so ein Kampf, wo ich überhaupt nicht drauf klarkomme. Das weiß ich jetzt schon. So, das kriegen wir auch hoch, das Ding. Nix. Das ist die behindertste Pink Killers, die ich kenne. Dann lieber B, wo ich mit dem Daumen arbeiten kann. Aber mit dem Zeigefinger so. Schon übel. Wo ich kann mal in den Schleichmodus gehen. Alter, was geht denn hier ab? Was ist die? Sie sind schüttt an uns! Hey, look! Over there! Geil! Geil! Schau dich, B***h! Wie hast du genug gehabt? Viel zu viele. Was bist du denn für ein Vogel? Ich würde dich gerne töten. Darf ich das? Danke. Erledigt. Oh du lebst noch mein Freund. Ja dann. Was ist das denn? Du lagst auf dem Boden. Der lag doch auf dem Boden. Ich hab wieder zwei Kugeln. Ladies. Dancing Ladies. Table Dance. Casino. Okay. Was ist das denn hier? Sind wir hier in Vegas oder was? Hier haben wir den Schalter. Führt da irgendwo eine Tür rein? Führt mich kein interessieren. Ja hier. Glaub ich. Öffnen. Ich bin mal gespannt ob da drin aussieht. Nicht wartet. So. Rückt raus die Kohle. Meine Freunde. Hier geht der Weg nur weiter. Schade. Schade, schade, schade. Das Gefühl bin ich nicht leiser. Wenn ich schleiche. Ich hab ja das Gefühl ich gehe einfach nur geduckt. Da geht's runter. Okay. Ob runter gut ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ja nur nimmer als ob hier bleiben gut ist. Auf jeden Fall hat sich hier mal jemand niedergelassen. Die Musik wird wieder enorm. Meistens lohnt es sich. Ich hoffe ihr hier auch. Hallo. Tür. Tja, mach mal. Ach. Guten Tag. Oh es ist hier einansche. Das ist einansche. Es sind Kleider. Äh. Adrenalin Spritze. Moment, hatte ich so was nicht schon mal? Schmerzmittel? Wäre ja schon geil wenn ich jetzt noch mal eine Kugel zurück bekommen würde. Ach nicht. Ja, bei dem ist wohl nicht so. Schade. Wir haben wieder bei Kugel 1. Was? Alter, da rennt er zu einer Kanone. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt, da rennt er zu einer Kanone. Okay, jetzt rennst du nochmal von hier. Also nochmal. Ich geh hier auf den Dach hier lang. Ich bin ja jetzt... Oh, was ist denn hier? Wartenfleisch. Guck ich mal eben, was hier unten ist. Hoch geht's hier zum Beispiel schon mal nicht. Ich muss ja eigentlich eh nach oben, ne? Nicht nach unten. Ich muss ja in die vierte Ebene, sagte man mir. Ah, hier haben wir genau den gleichen Scheiß wie oben. Zweite Ebene ist unten eine oder erste Ebene. Ich guck erstmal hier. Hier fühlt mich ja egal, ob mir oder bin ich ja der Weg hin. Ah, das ist ein verrücktes Spiel, ey. Irgendwann macht mich das noch fertig, das weiß ich jetzt schon. Eins, zwei, drei, eb, komm. Ah. Tada. Give me the battle come in handy. Adrenalinspritze, Schmerzmittel, äh, Water, Water. Und hier um die Ecke versteckt sich noch eine WHO-Lösung. Die Weltgesundheitsorganisationslösung. Aber so eine Adrenalinspritze, das macht was nochmal? Ich glaube, ich hatte die schon mal. Muster-Ohr-Plus-3. Gut, das Bräuch ist aktuell gerade nicht unbedingt. Kommt gleich da der Yogi um die Ecke. Du musst nicht unbedingt wieder zur Knarre laufen, mein Freund. Das ist jetzt nicht nötig. Die nehme ich dafür. Drei Schuss, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hier geht's jetzt noch noch Trepp runter. Äh, Trepp auf, meine ich. Guck ich da hinten nochmal Trepp ab. Weil ich muss ja nach oben auf die vierte Ebene. Ich bin aber immer so neugierig und deswegen muss ich gucken, was da unten ist. Wahrscheinlich werde ich's eben bereuen. Ich freue ja sowieso schon, dass ich dieses Spiel spiele. Ja, ich kann aber trotzdem auch mal gucken, mein Freund. Ich kann mich schon einmal umgucken hier. Dann ist aber auch wirklich nix. Jetzt noch weiter runter. Alter, mach mich nicht fertig. B1. Wahrscheinlich mein Fluchtweg oder so. Komme ich hier unten rum, komme ich dann raus. Das ist auf jeden Fall ne Tiefgarage. Kenne ich die Tiefgarage nicht. Sackgasse. Guck mal, ein Itom. Das ist ein Item. Items sind sogar so ähnlich aus wie bei Dark Souls. Zigaretten. Ja, das wird wahrscheinlich mal ein Fluchtweg sein. Die wird dann hier durch das Rolltor wahrscheinlich nach draußen kommen. Schauen wir mal. Ne, hier ist zu. Das war auch nicht mein Weg. Hier war lang. Hier war lang, ey. Krass. Mal da. So. Und dann hier hoch. Und dann hier rum. Und dann hier rein. Und dann hier raus. Und dann da durch. Und dann hier rum. Und dann da lang. Und ich glaube, ich werde zusehen, dass ich in der zweiten Etage mehr Erfolg habe, in die dritte zu kommen. Und vielleicht daraufhin in die vierte. Aber dafür muss ich erstmal diese Folge hier beenden. Denn die Zeit ist schon lange wieder rum. Also diesmal ein bisschen überzogen mit den drei Minuten, die vorher abgeschmiert sind. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und Entschuldigung dafür. Also für den Abschmierer meine ich. Und ihr schaltet trotzdem wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.